Hallo, ich bin Kerstin Schneider. Ich bin in der Accessoire-Abteilung Malerfest und ich habe ein paar Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest. Die erste Geschenkidee ist diese Crossbody Bag von Liebeskind. Die gibt es auch im schwarzen Nylon und es kann auch als Gürteltasche tragen werden. Ja, hier ist meine zweite Geschenkidee. Diese zweifarbige Tasche von Liebeskind, die man einmal in einem schönen Silber tragen kann. In schwarz. Hier habe ich noch eine kleine süße Geschenkidee. Ja, klein, aber okay. Hier habe ich eine funktionale Tasche, die ich als Klatsch oder auch als Crossbody Bag tragen kann. Meine letzte Geschenkidee ist dieser Mini-Rucksack von Liebeskind. Ja, ganz schön für die Stadt oder für alle möglichen Gelegenheiten. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen inspirieren, das ein oder andere Geschenk für Weihnachten zu finden. Und ja, wir würden uns freuen, Sie hier im Hause begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie unsere lokalen Händler hier unterstützen. Das wäre toll und ja, eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal.